Willkommen zurück beim zweiten, in Klammern dritten Versuch, Chased by Darkness. Mahlzeit? Mahlzeitkante. Bereit? Ich bin bereit. Ich will endlich hier vorankommen. Mal ein bisschen Durchblick haben hier, ne? Aber irgendwie... Ist alles wie immer. Ja. Die Lost Brothers sind wieder unterwegs. Mal den. Mal den Schlüssel zur Zentrale hier. Tja. Müssen wir die Zentrale finden. Hier gibt es aber keine Zentrale. Doch, die Zentrale Unit, oder wie der da ist. Ja, aber da kommen wir ja nicht hin. Hm. Schlecht. Also wir hatten auch... Es gibt keine Energie. Na ja. Ja, das wissen wir bereits, dass wir Energie brauchen. Energie. Vielen Dank. Ich hab hier einen anderen Weg nach unten, glaub ich. Kann das sein. Okay, ich bin in dem B-Block. So, hier hab ich... Passwort. Und Schlüssel. Ich hab Schlüssel Sicherheitschef. Sicherheitschef. Wieso find ich dann immer einen anderen Schlüssel? Deswegen. Ich hab... Ich hab auch... Genau, da... Genau, ich hatte nämlich auch einen anderen gefunden, glaub ich. Aber wir hatten im inoffiziellen zweiten Versuch, hatte ich doch den Badezimmerschlüssel gefunden, oder? Ja. Das ist richtig komisch. Zentrale Steuerung hatten wir auch nie. Also heißt, es gibt Sachen, man kann das Spiel eigentlich gar nicht schaffen. Ich glaub auch. Das ist aber, ja, komisch. Hm. Das heißt... Jetzt können wir durch die Kantine quasi in die zentrale Steuerung. Wenn wir da hinfinden. Wo ist die Kantine? Äh... Da ganz hinten. Neben Korridor C. Also, versuchen wir das mal. Also, raus, links, links. Keine... Gibt doch eh nix. Raus, links. Nee. Verdammt. Das ist gut, ne? Ja, das ist super. Jetzt bin ich schon zu weit gelatscht. Raus. Ja, hier müssen wir links. Aber hier kommen wir nicht durch. Ole, ole. Man kommt da gar nicht durch, ey. Nee, da kommt man nicht durch. Da hinten kommen wir wahrscheinlich auch nicht durch. Kommen wir unten drunter vielleicht durch? Was ist denn ADM? Administration. Dafür haben wir aber nix, ne? Ich weiß es nicht. Können wir mal gucken, ob wir da... Ich gucke einfach mal. Guck mal. Wo bin ich jetzt? Äh, zurück. Ich bin dran vorbeigelaufen. Na, ist zu. Da brauchst du auch so'n... Code. Ja, aber wir haben ja keinen Strom. Uff. So, hier ist der A-Block. Auch Administration. Ja. Läuft wieder super. Jetzt sind wir wieder da wie vorher. Aber wir sind doch... Kann nicht sein, dass man noch nicht durchkommt nirgends. Nee. Die haben doch die Türen heimlich abgeschlossen, oder? Oder wenn man runter geht? Also, wenn wir da runter gehen, jetzt hier die Treppe... Warte mal, da sind wir gestart. Lass mal hier die Treppe runter gehen. Vielleicht kommen wir irgendwo anders wieder hoch. Weißt du, wie ich mein? Äh. Ich geh jetzt mal runter hier. Ja, geh mal runter. Dim, 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 dim. So, hier ist nämlich ne Tür. Dim, dim, dim. Ja, die war da vorher auch schon. Aber hier ist keine zweite Tür. Das soll irgendwie mal ne Treppe sein, oder so. Nee. Können die wahr sein, dass man hier nix wo... Nixus Treppos. Und hier ist nur die... Tür mit dem Arschlochknopf dahinter. Ja, da geh ich aber nicht mehr hin. Aber du kannst meinen Schlüssel holen. Ja, ich hol mir einen Schlüssel. Vielleicht haben wir diesmal Glück. Energiestation. Na, die hatten wir ja schon. Das wär natürlich super, wenn die auf der Map auch Deutsch gemacht hätten. Das würde uns weiterbringen. Zumal die hätten auch beischreiben können, Kontrollraum 1, Kontrollraum 2, ne? Komm, ich geh jetzt unten auch nochmal um. Ja, den Knopf drücken kannst du ja eh nicht. Ja, das werde ich auch nicht machen. Ja, da sind nur die Zellen. Und hier kann man, glaub ich, gar nicht durch. Da kann man gar nicht durch. Zellen und so. Mein Gott, ey. Ich soll nimmst du was auf. Aber wir hatten doch nur noch Türen mit Kot, oder? Wo wir erst Energie brauchen. Naja. Da musst du ja irgendwie dran kommen. Ei, 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 ei. Kann doch nur. Du musst doch den Knopf drücken, oder nicht, ey. Geht doch gar nicht mehr anders. Wir brauchen den Schlüssel Aufzeichnungen. Da ist die einzige Tür, die ja noch ein Schloss hat. Die anderen haben gar keinen Schlüssel lockt. Ja, wo soll der sein? Wo kann der dann sein, ey? Ja. Wahrscheinlich nicht im Spiel vorhanden. Das ist gut. Das würde mich jetzt gerade nicht wundern, also. Ey, das gibt's doch gar nicht. Ich bin vielleicht auf irgendeinem von den Tischen hier. Ich meine, wir stellen uns ja manchmal blöd an. Eher in dem Blut. Gebe ich auch gerne zu, aber. Ey, du hast doch Administration, oder? Ja. Ne, ich hab Central Control. Passwörter und Schlüsse. Zentrale Steuerung, Sicherheitschef. Das ist aber CPU. TCU. TCU. TCU habe ich gefunden. CSO. Ist hier vielleicht noch was? Ich seh dich da rumeiern. Ja, also absolut keine Ahnung, wie wir jetzt hier vorankommen. Ist auch nichts mehr. So lost einfach. Mann, Mann, Mann. Ja. Ja. Muss da irgendwo noch ein Schlüssel sein, ey. Das ist Administration. Kommen wir weiter. Weiter. Aber wir waren doch in allen Räumen. Vielleicht hier unten in den Toiletten noch. Ist da gar nichts dran. Hast du hier schon alle Zellen durchsucht? Ich weiß ja nicht. Aber der macht ja auch immer einen dicken Pfeil dran, wenn du was gefunden hast. Ja, deswegen, ja. Ich glaube, die Zellen sind wirklich nur dafür da, wenn du gefangen wirst, dass du dann, ja. Dass du dann da wieder aufwachst. Ja. Ich glaube, ja. So ein Büro jetzt, aber... Wahrscheinlich ganz am Anfang, ne? Hm. Ja. Ich denke da an der Bondfahrt, aber... Ist doch irgendwie mies. Dass man die Schlüssel irgendwie anders finden. Zellen ist anders. Guck mal, hier ist so ein riesiges Energiepanel. Kann aber nichts machen. Hm. Da hoch bringt auch nichts. Da sind nur Ringnetze. Mein Gott, ist das schwer, Alter. Irgendwie kommen wir jetzt echt vor wie ein Escape Room hier. Ja. Was auch, der Schlüssel hängt gleich an irgendeiner maroden Wand, wo ich ihn kaum siehst. Ja, oder an der Pinnwand, aber da habe ich auch schon geguckt. Ne, der nützt jede Chance hier. Ne. Irgendwie ist so ein Pfeilchen. Vielleicht hier irgendwo wird man sehen. Wahrscheinlich unter irgendeiner Munitionsküste, die man nicht aufheben kann. Ich trau dem Spiel gerade alles zu, also... Kann doch nicht sein. Ey, ich will den Knopf nie drücken, wie der ist so Quatsch. Ne, das bringt doch nichts, sonst sind wir wieder tot. Oh Gott. Komm wohl nicht weiter. Hm. Ne. Das ist nix. Dahinter. Auch nix. Oh, das ist aber nur für dünne Personen hier. Schränke kann man nicht öffnen. Ich hab hier auch noch nix gefunden. Viel dazu, ey. Muss man sich irgendwo bücken oder so, dass man da irgendwas sieht. Kann auch das sein, ey. Einfach mal ein bisschen öfter ranruckeln. Sich durchbacken. Ja. Wenn's sein muss, ne. Ach, Mann, ey. Aber warum muss ich denn auch unten sein? Das ist doch scheiße. Das ist doch scheiße. Wenn wir den Knopf drücken. Oder ist die Tür hier oben einfach nur verbuggt? Ja. Ich glaub, dann wird das Spiel nicht so gut bewertet. Meins hat schon einer geschafft. Ja. Ich mein, wenn das überhaupt dann verbuggt wäre. So oft. Ach. Ey, das macht dann ja so ein bisschen Irre, ne. Auf irgendeinem Bett oder so liegt der Schlüssel bestimmt, ne. Hab ich ja schon geguckt. Überall. Boah, in ziemlich vielen Betten, sagen wir so. Die können mich doch hier gleich mal gerne haben, ey. Du, der Schmutz hier oben an der Decke. Das ist original Hausflipper. Echt? Bringst du mal einen Mob mit? Äh. So, ich bin jetzt hier in Level... Keine Ahnung. Level minus zwei F. Wo angeblich jede Tür aufgehen soll. Aber... Geht nix. Die sind alle blau auf der Karte. Das ist ein Witz, ey. Ja. Das ist irgendwie ein Witz, ey. Ich geh nochmal runter und guck, ob ich denn jetzt drücken kann und du oben bist. Bleib du mal auf der zweiten Etage, oder? Ich bleib auf der zweiten Etage. Na, wir müssen echt auch wieder kommen, ey. Scheiße, ey. Wartest du mal in die Tastenbelegung geguckt, ne? Mhm. Wie war das denn mit den Tipps? Haben wir da nicht noch welche frei? Keine Ahnung, ey. Da war auch nicht viel. Wartest du mal Tipps? Geht aber auch nix auf den Tischen, nie ganz hohr. Komm, hier gibt's auch irgendwie nur für den Controller, ne? Nö. Na du, ist aber dunkel hier. Da. Platsch, platsch, platsch. Äh. Oh, wir werden keine Bahnschlüsse abgegeben, du. Äh. Ich hätte gern einen 6er-Chicken-Nugget-Schwimmel nach oben. Schwimmel nach oben, ist Leertaste. Okay. Vielleicht sollten wir das mal ausprobieren. Ja, wir werden es mal versuchen. Ja, kommen Sie. Ja, da braucht ein bisschen lang immer. Ja, ich geh hoch, ich geh hoch, ich geh hoch. Ich bin oben. Ich auch. Äh. Warte, ich komm. Wir haben's überlebt. Wir haben's überlebt. Hup, 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 hup. Warum? Weiß ich nicht. Wo rennt's denn jetzt hin? Ja, wo ist denn die Treppe nach oben? Äh, hier. Die war doch hier. War die auf der anderen Seite? Auf der anderen Seite. Hier. Hier ist was. Hallo, mach auf. Hä? Ey, guck mal, wo wir sind. Wo war das? Plötzlich. Hier ist noch ein Schalter. Waffe ausrüsten. Ey, die kommen. Ich hab keine Waffe. Ah, da. Dann müssen wir ein Vorausrad da vorne. What the fuck? Zack. Ach, da hinten sind die. Ja, ich guck erstmal, ob hier noch was liegt. Wo sind welche? Ja, da vorne. Alles klar, drauf da. Und ein Rafftor. Bam. So. Ja. Ja. Okay, äh. Ja, wo seid ihr denn? Oh, hoppala. Ja, das war... Äh, was ist denn hier? Ach, nachladen. Okay. Du wirst nie raten, welcher Knopf für nachladen ist. Ja. Richtig. Nicht F. Nein, R. Ja, äh. Und du? Äh, hier ist noch ein Knopf. Wo? Hier, aber ich kann den nicht drücken. Das war der, den ich gedrückt hab, glaub ich. Und dann kam der Monster. Hä? Das war doch nicht alles. Wo geht das denn jetzt wieder runter? Wir haben's geschafft. Wir haben's geschafft. Äh, hier ist ein gelbes Lämpchen angegangen. Aber da waren wir ja gerade schon. Hier ist nix. Ich hab jetzt irgendein Seelenstein da aufgenommen. Keine Ahnung. Ja, ja. Müssen wir jetzt wieder runter? Ist doch bescheuert, wenn ich wieder runtergehe. Äh, ich schwimme. Ja, nicht, dass wir da rumschwimmen müssen. Und wir jetzt einfach nur auf einer anderen Ebene gekommen sind. Wo sind wir denn jetzt? Äh, wir sind ganz woanders, so. Wir sind jetzt im C-Block, wo es keinen Ausweg gibt. Ja. Das heißt, wir müssen doch... Ja, scheiße, ja. Aber wohin? Äh, irgendwo hin? War hier noch was drin? Warte mal. Wahrscheinlich müssen wir unter irgendein Dingen hier drunter her schwimmen. Warte, ich komm... Oh, 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 oh. Orientierung verloren. Ja, wir müssen drunter her schwimmen. Hier drunter? Ja, hier ist die Tür. Ja, bin raus dann. Oh, ganz knapp, ey. Bist du hinter mir? Ja. Ich wollte gerade sagen, hier ist jetzt eine Tür, die nicht aufgeht. Wir schneiden einfach alles raus, was vorher war. Mhm. Und die erste Folge habt ihr nie gesehen. Äh. Was ist das denn? Hi. Screenshot. Ey. Ich wollte gerade einen Screenshot machen, du Arsch. Ja, kannst du hinterher auch noch. Da ist er. Er ist da. Alter. Bäm. Weg ist er. Das war's? Ich habe ihn weggenutzt, habe ich ihn. Er kommt doch bestimmt noch öfter, oder? Da ist noch ein Lila, einer. Wo? Hier drin. Hä? Hier drin ist einer. Ja, hier auf der anderen Seite ist er. Hier ist ein Code. Wie, wie ist der? Wer? Du hattest doch einen Code vorhin. Ich hatte einen Code, ja. Ist der Code? Ja. Kannst du da was eingeben? Ja. Äh. Ich fühle mich gerade unsicher. Muss man eben hier. Boah. Was machen die denn für Geräusche, ey? Passwörter und Schlüssel. 99,50. Ist ja ekelhaft. Falsch. Ist falsch. Ja, das ist auch für... Die vielleicht? Keine Ahnung. Zentrale Steuerung und Sicherheitschef. Habe ich. Ähm. Ist dir aufgefallen, dass wir keine Munition mehr hier liegen haben? Echt nicht? Er jagt. Äh. Äh. Er jagt. Wo ist er? Wieso jagt er denn? Großer Raum. Großer Raum. Ich stelle mich hier hin. Ja, wo ist er? Da ist er. Da ist sie drin. Er jagt. Ja, ey. Beifahren Sie Ihre Munition. Bar kann an den Jagd jetzt nicht. Speichern Sie Ihre Munition. Ist auch gut. Bäm. Okay. Ah ja, ich wollte noch mal. Äh. Ich bin in einem großen Gang jetzt. Wie hast denn das gemacht? Ich hab's ja oft gemacht. Ja, aber das ging doch vorher nicht. Die Dings ist jetzt auf. Äh, an wahrscheinlich. Die Elektronik. Uh. Da sind die Duschen. Äh. Ah, guck mal. Hier ist auch noch ein Jagd. Mein Gott. Hier sind aber tolle Sachen. Ey. Alter. Was ist das denn? Ba-ding. Nö, da ist nix. Alter, wer ist er denn? Wer ist er? Was macht er? Das war so ein Fettsack. Da ist ne Munition. Oh, da ist ganz viel Munition. Ist das immer nur ein Schuss? Zwei Schuss. Ach, du Scheiße. Keine Ahnung. Äh, hier ist noch ein Raum. Oh, hier ist ein großer Raum. Da ist was. Da ist was. Nimm's dir. Ey. Was hast du? Badezimmer. Ey, hier kann man hoch. Du. Ja. Dann ist es da, wo wir hin müssen. Stimmt. War vielleicht ein Fehler. Ach, Quatsch. Sagst du immer so. Äh. Ich hör was stampfen. Ja. Jagd es. Ja. Ich glaube, es jagt. Aber wo ist er? Da kann er noch von der Tür kommen. Näh. Näh. Guck mal, wie er mit eingezogenem Schwanz abhaut, ey. Er ist ja knuffig. Also hier ist die Tür. Gruselig ist er nicht. Ja, hau ab. Komm, ich mach die Tür zu hier. Bäm. Ah. Kannst draußen bleiben. Ist noch Munition auf dem Gang. Schlüsselaufzeichnungen habe ich. Äh. Warte mal. Kann man hier rein? Ne. Hier ist auch noch ne Tür gewesen. Schlüsselaufzeichnungen ist ja am Anfang gewesen, ne? Äh. Hast du Schlüsselkrankenstation? Äh. Hier? Ne. Links. Äh. Da, da ist, äh, der komische Dingens. Wat? Ja. Elfreak. Aber wir müssen da wieder lang. Hier kommen wir nie weiter. Hier auch nicht? Ne. Hier vielleicht. Wird ja doch noch mal spannend hier. Hier ist auch noch ne Tür. Oh, Mahlzeit. Bäm. So, dolla. Clean. Ist das hier? Also nicht. Hört sich an wie ein Schwein. Oh, da sind aber ganz schön viele. Ey, sag mal, ich kann doch nicht nehmen. Ich kann doch nicht nehmen, du? Ja. Oh. Alter. Hat er dich auch? Ne. Wo ist er? Ich bin im Knast. Ich weiß nicht, wo er ist. Scheiße, ey. Oh. Gib mir Wasser. Gib mir Wasser. Ey, Block B. Oben. Ah. Wie viele Fette sind... Toll und ich seh nix, ey. Holy Shit. Dank. Wo bist du denn? Block C? B. B. Glaube ich. Der Block, wo wir immer in die ganzen Zellen reingerannt sind. Äh. Ja. Kannst du mich navigieren? Du bist jetzt, äh... Wo bin ich? Ne. Block B. Da, ja. Ähm... Ne, kann ich nicht. Ich wusste ja nicht mal, wie du jetzt zu den Stufen kommst. Ah, doch. Ne. Rechts. Und dann links. Tür. Boah. Alter. Er steht vor mir, aber er macht nichts. Das ist jetzt schlecht. Ich hab nur noch neun Schuss. Äh, du sollst auch an dem Vorbeikommen. Geradeaus. Er jagt. Er jagt. Geradeaus. Geradeaus. Er jagt. Er jagt. Ich kann nichts machen. Ja, das ist verdammt Pissi, wa? So, jetzt. Ne. Warte. Ich muss erst mal wieder gucken, wo du bist hier. Äh, du bist jetzt auf Ebene 0, ne? Boah, wo kommt er denn her? Alter, wie viele sind hier? Ja. Und dann links. Stackgasse. Wie links? Links. Runter. Ach ja, runter, ja. Hier. Ja, so. Ne. Ne. Hinter dir. Nein. Was willst du denn in der Dusche? Ja, da runter. Genau. Weiter, 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 weiter. Rechts. Hä? Äh, links meine ich. Andere rechts. Hä? Jetzt rechts. Genau, da durch. Da durch. Äh. Und dann rechts. Ja, hier sind einige. Ich brauche Munition. Fuck. Ich komme mir doch nirgends wo mehr lang. Äh, jetzt musst du. Rechts, rechts. Ich komme mir nirgends. Nochmal rechts. Ja, ich habe acht Schuss. Was soll ich machen? Ich muss erstmal hier die Typen entfernen. Ne, zurück. Zurück, zurück. Und dann links. Die Tür. Kommst du in den B-Block. Jawohl. Da muss ich irgendwo sein. Ich sehe dich. Ich sehe dich. Jawohl. Hier. Juhu. 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 Ich habe fünf Schuss. Mach auf das Ding. Ich habe 17. Äh, 19. Juhu. Ich ruffle dich. Rowling, Rowling, Rowling. Wo ist er? Hier, das Monitär. Ah. Wo ist er denn? Hier, bei mir. Ich habe... Ich habe... Ich bin... Ich bin in... Bin in... Ich bin oben. Ich bin oben. Also ganz oben. Am B-Block. Da, denke ich mal. Da, bei dir direkt. Bin doch gegenüber von dir. Na, warst du auch schön brav? Hm? Oh, gut, ey. Hier sterbe ich gerne, wenn ich sofort wieder... Ach so, ich muss gedrückt halten. Ah. Gatting. Ähm. Oh. Noch mal so eine Frage. Wieso habe ich denn jetzt nur noch 11 Schuss? Weiß ich nicht. Wie darf ich mal sagen? Nächste Folge? Oder? Äh, ja. Würde ich auch sagen. Warte, nach mal. Schon einiges Zeit unterwegs. Alter. Entschuldigung. Das sind die PvP-A-Nahm. Nee. Jetzt versteckst du dich jetzt. Na komm, dann komm ich mit rein. So. Ja. Stilvoll die Folge beenden. Genau. Alles klar, bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao.